Wir wollen vor allem für die Teilnehmer interessante aktuelle Aspekte und Fallstudien bringen, wie Erneuerbare in Zukunft im Energiesystem funktionieren werden, welche Implikationen das für Geschäftsmodelle hat, sodass sowohl Energieversorger als auch Technologie-Supplier, also Lieferanten, die Zukunft besser planen und in den Griff kriegen können. Ich denke, das ist sowohl für die Entscheider, die Führungskräfte, die über die strategischen Ausrichtungen entscheiden, als auch dann für diejenigen, die sie umsetzen müssen, sprich die Portfolien managen, die neue Technologien einsetzen und integrieren müssen in Geschäftsmodelle, die immer mehr auch eben die Kunden, den Energiekonsumenten auf der industriellen, aber auch der Privatkundenseite bedienen wollen. Gerade auch lokal aktive Energieversorger-Stadtwerke müssen sich den neuen Kundenherausforderungen und Wünschen stellen und müssen überlegen, wo ist ihre Rolle in Zukunft und kann die mithilfe von erneuerbaren und neuen Geschäftsmodellen im Bereich der smarten Energien und der digitalisierten Umwelt dann verstärkt werden. Also Erneuerbaren bieten eine Chance für die Stadtwerke wieder wichtiger zu werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017